Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, das zweite Kommentiervideo, genau sagt das zweite von dreien. Ich habe mich doch entschlossen, die Raumstation in drei Teilen hochzubringen, da das Video 13 Minuten lang ist. Ja, es ist einfach lang genug für ein Video und auch nicht zu kurz. Ich entferne gerade die Teile, die wir diesmal nicht hochbringen werden. Ja, wir werden die Satellitenschüssel nehmen, das Undock-Modul und das Forschungsmodul. Die Satellitenschüssel muss ich leider noch ein bisschen umbauen. Ich habe es nämlich einmal getestet und die Satellitenschüssel war ein bisschen zu kurz. Ich habe einen Bug entdeckt. Dazu müsst ihr genau das machen, was ich gerade mache. Einmal die Rakete am besten weit weg verschieben, am besten ganz nach oben. Dann Rakete bewegen, gedrückt halten. Einen Bauplan laden, die Rakete, die ihr laden wollt. Ich nehme da jetzt die Atlantis 3 V2, lade sie und lasse sie jetzt los. Und ja, da habe ich die drei Module in der Raketen drin. Und jetzt verändere ich natürlich die Nutzlasthülle, damit alles reinpasst. Ja, ich werde das alles zusammen hochbringen, alles in einer Rakete und natürlich auch wieder landen. Wie immer, kennt ihr ja. Ja, ich habe es versucht, möglichst einfach zu machen. Also ich habe hier die Satellitenschüssel genommen, habe sie abgemacht. Mithilfe von der Undock-Schleuse konnte man das ja ziemlich leicht machen. Ich habe es genommen und ganz nach unten gestellt. Allerdings ist jetzt die Hülle ein bisschen zu klein geraten. Das heißt, ich muss sie auf jeden Fall nochmal etwas vergrößern. Ja, das kleine bisschen hat trotzdem noch nicht gereicht. Ich musste noch ein kleines Stück hinzufügen. Aber das weiß ich leider noch nicht. Ich mache das erstmal alles da rein. Markiere es erstmal und mache es dann da rein. Zum Flugverlauf, wir werden das alles natürlich zum anderen Teil der Raumstation bringen. Und dann werde ich mit der zweiten Stufe die gesamte Raumstation noch etwas höher bringen. Auf ein Orbit von 200 Kilometern. Ja, da muss ich nochmal die Hülle ein bisschen bearbeiten. Ich kriege es natürlich nicht ganz hin. Ich habe die anderen Sachen markiert, deshalb muss ich jetzt alles einzeln bewegen. Jetzt nehme ich noch eine Nutzlastverkleidung. Mache die Sachen erstmal da rein. Und es passt perfekt. Das freut mich auf jeden Fall. Jetzt müssen wir die alle irgendwie noch verbinden. Die sind nämlich nicht mit der Rakete verbunden. Deshalb nehme ich ein paar strukturelle Teile. Dreh sie um. Und befestige sie, äh, befestige dann die Sachen da dran. Jetzt könnte man sich fragen, warum nehme ich nicht die obere Andockschleuse, also rechts oben. Damit ich an das Wohnmodul andocken kann, bevor ich das abmache. Jetzt teste ich gerade, ob das mit dem Andocken dann noch klappt mit der Andockschleuse. Und ihr seht, es passt genau. Ich habe keine Probleme damit. Und, ja, fliegen wir los. Ja, da bin ich. Die Düsen an. Schub auf 100% und los geht's. Der Flug ist derselbe wie immer. Und, ja, wir kriegen das jetzt zur Raumstation. Ich habe übrigens ein bisschen sehr aggressiv gedreht, wie ihr seht. Ich war direkt bei, äh, 45 Grad, also in der Ecke vom Bildschirm. Hat sich trotzdem nichts verändert vom Flug. Es hat alles geklappt. Zweite Stufe zündet. Und wir fliegen weiter Richtung Weltraum. Ich habe schon überlegt, in der zweiten Stufe ein bisschen, äh, bessere Düsen hinzumachen, also stärkere Düsen. Damit alles ein bisschen schneller läuft. Aber ich mag es, ähm, schön effizient. Und deshalb habe ich die Frontierdüsen behalten. Ja, und jetzt sind wir im Weltraum. Die Hülle habe ich auch schon weggemacht. Und jetzt versuchen wir, einen niedrigen Orbit zu erreichen. Da ist er schon. Äh, ja, jetzt geht's ans Landen der ersten Stufe. Gerade mal 9,2 Prozent an Treibstoff. Ist ein bisschen wenig. Aber trotzdem reicht das locker, um zu landen. Ja, jetzt zünden wir gleich nochmal die Düsen beim Wiedereintritt, um uns schnell zu verlangsamen. Es hat genau geklappt. Und damit bin ich natürlich glücklich. Drei Kilometer Landebeine raus, zwei Kilometer RCS-Düsen an. Bisschen drehen und wieder zünden. Ja, der Landeanflug. Ich war ziemlich schnell unterwegs und dann wieder langsam und wieder schnell und wieder langsam. Aber trotzdem gelandet mit 2,1 Prozent Treibstoff. So, jetzt müssen wir das da als Ziel setzen. Und, naja, erstmal den Orbit gucken, wie der so ist. Ich versuche einen ähnlichen Orbit zu machen mit den RCS-Düsen. Hat auch geklappt. Ich musste dann halt nur ewig die Zeit verspulen. Ja, da speichere ich mal kurz, falls jetzt irgendwas schief gehen sollte. Ich gucke immer wieder, wie der Fortschritt aussieht. Aber es dauert noch ziemlich lange, keine Sorge. Also, es kommt auf jeden Fall näher. Aber es dauert halt noch. Ja, da habe ich jetzt mal kurz einen Cut gesetzt. Jetzt bin ich schon wesentlich näher dran. Ihr seht da diesen kleinen grauen Punkt um mich herum fliegen. Ich warte noch, bis der perfekte Zeitpunkt gekommen ist. Und zwar jetzt. Jetzt stoppe ich, drehe ich und docke natürlich an. So, da haben wir angedockt in einem niedrigen Erdorbit. Nochmal schnell speichern. Wieder abdocken und die Satellitenschüssel an ihren finalen Platz bringen. So, jetzt ist alles zusammen. Damit ist im Grunde die Folge vorbei. Aber, wie gesagt, ich will das noch an einen etwas höheren Erdorbit bringen. Und das mache ich jetzt auch. Ich warte nur auf den richtigen Augenblick, damit ich nicht so viel Trabstoff zum Drehen verwenden muss. Wie gesagt, zu 200 Kilometer Höhe will ich meinen Orbit haben. Und, ja, das mache ich gerade. Jetzt natürlich wieder vorspulen, bis ich bei meiner Apo-Apsis angekommen bin. Eine 180-Grad-Drehung und weiter Gas geben. Diesmal habe ich auch ein bisschen zu viel Treibstoff gegeben. Deshalb musste ich ein bisschen wieder rückgängig machen. Und, ja, das hat dazu geführt, dass ich dann in der zweiten Stufe etwas wenig Treibstoff hatte. Aber, egal. Ich bin trotzdem gelandet und ohne, dass irgendwas kaputt gegangen ist. So, da habe ich abgedockt und fliege jetzt natürlich wieder zurück zur Erde. Der strukturelle Teil nehmen wir natürlich mit. Und ich will möglichst wenig Müll in einem Erdorbit lassen. Und, ja, jetzt könnt ihr auch ruhig mal schimpfen mit mir. Nämlich die Hülle von der Satellitenschüssel habe ich vergessen. Ich wusste nicht genau, wie ich das machen kann. Auf jeden Fall habe ich da die Sachen gelöscht. So, da haben wir den schwachen Erdorbit. Und verlassen wir auch direkt den Orbit. Ja, etwas wenig Treibstoff, muss ich sagen. Etwas sehr wenig Treibstoff. Aber keine Sorge, es hat trotzdem geklappt. So, da haben wir eine Sache schon ziemlich viel Gefühl. So, so will ich es. So, so will ich dir eben nachdenken. So, so ist es. So, jetzt sind wir bei 10 Kilometern angekommen, bei der zweiten Stufe, wie immer, mache ich erstmal nichts, erst beim Landanflug. Die Rakete ist nämlich so klein und leicht, dass ich es auch ohne schaffe. Selbe Prozedur, 3 Kilometer Beine raus, 2 Kilometer RCS-Düsen an, drehen und Landanflug. Ja, ich hätte eigentlich ein bisschen höher den Schub stellen sollen, denn ich bin nicht so schnell langsamer geworden, deshalb musste ich kurz auf 100% stellen. Und ihr seht, 0,1%, das ist sehr wenig. Na egal, wir haben es geschafft, noch die Satellitenschüsselteile entfernen. Und ja, ich habe es auch gelöscht, wie gesagt, ihr könnt einmal mit mir schimpfen. Beenden wir noch die beiden Missionen und ja, dann ist die Folge auch schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.